It's a me, Mario! Donuts sind lecker, das ist mal ein guter Tipp. Hier oben stehen immer Tipps und Tricks zu Hero Zero, ich bin froh, dass ich das jetzt weiß. Ein Schurk ist da, und zwar in Silicon Valley, der Super Nerdio! So heißt er, eine Anlehnung an den Super Mario. Dieser bizarre, dickliche, bärtige Nerd aus Silicon Valley hält sich für einen echten Videospielhelden. Er hält sich für einen Helden. Genau, 10. Angriff in etwa, und ich werde natürlich am Ende wieder ein paar Donuts rausballern. Jetzt noch ganz flott, Heldentaten, eventuell habe ich Fähigkeitspunkte oder so. Moment, genau, das passt. Teamkämpfe gewonnen, 10 Trainingsanheiten erhole ich mir für heute, 4 von 4. 3 Fähigkeitspunkte, denn wer den letzten Treffer landen möchte... Und nochmal, der braucht gute Stats, er hatte so in etwa 7 Millionen beim letzten Angriff. Ich kann noch, hier, ich muss Batterien holen. So, meine Freunde, mal drum bitten. Und genau, also 10 Angriffe werde ich mindestens, also nicht mindestens, aber so in etwa 10 Angriffe kann ich schon rausballern, gegen Ende hin. Viel mehr lohnt dann sowieso nicht, da bekommt man dann nur noch ganz wenige Erfahrungspunkte, ganz wenige Münzen. Aber jetzt falls the concentration. Okay, das geht noch, locker flockig, da mache ich einen mit Werbung, komm schon. Du hast beim Fernsehen die Wartezeit um 1.30 verkürzt, etwas schlauer bist du nun auch. Irgendwie. Ja, das denke ich auch, nur irgendwie. Einmal trainieren für Condi, alles klar. Was war das, Schildkröten? Okay. Hat auch, ach so. Das ist noch derselbe Text. Was gibt es hier heute? Zwölfmal Wurfwaffen einsetzen, das wird bald, es ist 12.05 Uhr, das wird bald passieren. Nämlich bei den Teamkämpfen. Ich glaube, das zählt auch dazu. Ansonsten leider nichts Spannendes da am Start. Okay, Moment, jetzt blinkt es gerade, eventuell war nun schon der Teamkampf. 5, 4, 3, 2, 1, mein voller Fokus liegt jetzt aber bei Supernerdio. Komm, mach hin, 4 Millionen, schätze ich mal. Noch 5? Ihr seid ja richtig langsam. Ach so, ich hatte ja nur 1,5 Minuten. Dann ballere ich auf jeden Fall mal die 2 raus. 2 kostenlose noch dazu. So, wir haben sowieso 100 Energie und dafür aber 25 Training, nein, 20 Trainingseinheiten. Raus damit und 13 Angriffe, Rang 79, nur mit 13 Angriffen. Ich habe den immer angegriffen, so oft es nur irgendwie ging. Dann denke ich mal, dass sich noch einer ausgeht. Ja, einer geht auf jeden Fall noch und danach wird ein Angriff nach dem anderen. Rausgeballert. Dann in der Zwischenzeit noch ganz schnell ein Teamkampf, den ich zeigen wollte. Erstmal hier noch ein Bandenkampf, wie immer sehr knapp. Am Ende das nervt so sehr, dass die letzten Gegner dann so stark werden. Packe ich den noch? Klar, wenn es steht nicht, ist der Held. Oh Mann, und die letzten sind dann so stark. Ei. Aber, wer erinnert sich an die letzte Folge, wo uns am Mittwoch das Team namens Montag eine Trainingsanheitentrophäe geklaut hat? Diese Schlingel. Wir lassen uns nicht lumpen. Wir haben am selben Tag um 22 Uhr nochmal angegriffen. Und kein Button, mein Held. Was so viel bedeutet wie, wir haben gewonnen und uns genau diese Trainingsanheitentrophäe wieder zurückgeholt. Fand ich ganz witzig, so an einem Tag die Trophäen hin und her schieben. Und so weiter und so fort. Schon langsam werde ich aber ein wenig ungeduldig. Mach mal schneller hier. Das Wochenturnier startet jeden Sonntag um 21 Uhr. Und eigentlich könnte man sagen, das Wochenturnier endet jeden Sonntag um 21 Uhr. So ist es doch, oder? Egal, dann schaue ich nochmal kurz in den Shop. Eventuell finde ich bessere Items für Grips und Intuition. Nö. Nö. Leider auch nicht. Minus, plus 5. Kraft und Grips. Kraft und Grips, Kraft und Grips. Aber dann verliere ich auch so viel Intuition. Hm. Nichts dabei. Gar nichts. Das ist aber schade. Könnte aber heute wieder spülen. Was hat denn am meisten Kondi? Ich will ein bisschen Kondi loswerden, um ehrlich zu sein. Die Waffe. Oder der Hut. Wozönö, die Waffe wäre es. Ich spüle da einfach mal. Und jetzt bekomme ich ein... Jo, perfekt. Doch, passt. So will ich das haben. Sehr schön. Aber bitte vollste Konzentration. Denn der Schilling wird auf keinen Fall den letzten Treffer landen. Aber man kann es ja versuchen und das Ende ist immer ganz spannend. Finde ich zumindest. Begleiter Level 28 wäre auch ganz nett, wenn der noch Level 30 erreicht hätte. Hätte, hätte mit der Fahrradkette 3,5 Leute. Warte, ihr seid ja richtig langsam. Moment. Geht da noch ein kostenloser? Komm schon. Werbespot, wo bist du? Werbe, Werbe, Werbespot. Werbe, Werbe, Werbespot. Kommt nicht. Schade. Weil ich vorhin einen angesehen habe. Dann schaue ich hier mal schnell rein. Euch wird geholfen. Und was war hier ein Pokémon-Witz? Von Platin. Pokémon-Witz. Schurke. Ach, sind das vielleicht Rundnachrichten, Rundnachrichten, Rundnachrichten. Adasif. Kannst du mich bewerten? Adasif. Also du hast so einen genialen Namen. Adasif. Name? Name. Familie, die heißen Löcher. Nein, ihr greift uns an. Ihr heißen Löcher. Status im Team, abwerben, zwecklos. Aber ein schöner Sternenhimmel. Sternenhimmel. Bam, badam. Genau, die heißen Löcher. Die greifen uns immer an. Und wollen uns unsere Trophäen strittig machen. Was ich gar nicht gerne sehe. Skillung slash Booster. Schreibt der LP Kemal LP. Hallo, Spiele-Trend. Ich schaue alle deine Videos von Brickforce, Hero Zero und und so weiter. Ich wollte fragen, wieso du so viel Kondi hast und keine Fähigkeitsbooster hast. Was ist denn immer los mit euren Fähigkeitsboostern? Ich hab den immer drin. Ich hab den vielleicht für 10 Sekunden nicht drin, wenn der abläuft. Danach erneuere ich den instant. Huch. Ist das ein Anzeigefehler? Also ich hab auf jeden Fall einen Fähigkeitsbooster. Und das mit der Kondition, das hab ich schon sehr oft erklärt, ist der Kondi-Trick. Ich glaube Folge 123. 1, 2, 3. Erklärt das. Der Teddybär, beziehungsweise die Teddybär, schreibt Char. Ich wollte dich fragen, ob du meinen Char bewerten kannst und meine Skills. PS, du bist mein Lieblings-Let's-Player. Dann werd ich ganz rot. LG Teddybär. Du bist Level 68. Und hast leider, leider. Ich find's immer so traurig, wenn die Leute keinen 50er-Booster hier haben. Das ist so schade. Mit den Free-Donuts auf jeden Fall immer für diesen Booster sparen. Nicht blättern, keine Epics. Obwohl du gerade einen Epik hast. Das Epik, das so grün ist, aber in Wahrheit gar nicht grün ist. Wenn's irgendwie geht, bisschen weniger Grips. Äh, bisschen mehr Grips. Und ansonsten passt das. Krudong KG. High-Spiel-Trend zum zweiten Mal. Ich bin's wieder. Ich habe immer noch den Epik-Rausch. Und dabei noch keinen Epik gekauft. Einen Epik-Rausch hat der. Ja. So. Ist dir aufgefallen, dass bei der dritten Stadt deutsche Würste oder so verkauft werden? Hab ich jetzt gar nicht... Ach so. Das ist der Park. Der Park von Humphreydale oder so. Dort werden Würste verkauft. Ja. Ich hab mir die Zonen... Man sieht so im Hintergrund. Ich find's auch ganz witzig. Man muss generell nur drauf achten, was es da so gibt. Hier ist ab und zu Pac-Man. Jetzt gerade nicht, wo ich sage. Windows steht hier. Also Windows... Anspielung auf Windows und so. Wegen Silicon Valley und irgendwas mit Google ist auch im Hintergrund. Aber jetzt beruhigt euch mal, denn... Der Schurke. Und so. Yo. Jetzt gibt's definitiv keinen Angriff mehr. Jetzt ballere ich da noch. Ordentlichst was raus hier. Uh. Jetzt geht's ja echt schnell. Jetzt geht's echt schnell. Ich mach einfach Dauerfeuer. Ohne warten oder so. Ohne irgendwie zu hoffen. Einfach im Dauerfeuer. Ja, sorry, dass ich so wild herumklicke. Aber ich muss die Buttons auch irgendwie treffen. Bapapapapapam. Und noch ein paar. Beziehungsweise man könnte doch warten. Ein bisschen. Und jetzt. Eins. Zwei. Drei. Und go. War's zu spät. War's zu spät. Oh, das war noch zu früh. Da, das war knapp. Das war wahrscheinlich knapp. Mann, 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 Mann. Das ist doch die Sache. Je nach Schurke. Schurke hier. Schurke da. Silicon Valley ist erst ab Level. 100. 10. 120 oder so. Ach, Mann. Na egal. Auf jeden Fall. Ich hab richtig viele Angriffe rausgeballert. Und die paar Donuts. Das ist auf jeden Fall. Wert Doodle steht hier. Statt Google und Doodle. Google hat ja immer diese Google Doodles. Zu diversen Feiertagen und so. Sieht man da. Statt dem Google Logo was anderes. Und das nennt sich eben Google Doodle. Dann hier. Pineapple statt Apple. Was gibt's da noch? Software. Die fahren hier mit diesem. Wie heißen die nochmal? Nicht Iohawk. Das sind die anderen. Wie nennen sich die? Ich weiß das natürlich. Mir fällt's gerade nicht. Segway. Natürlich. Mann. So. Und was hast du gemeint? Dritte Zone. Zentrum von Granberry. German Sausages. Finde ich aber lustig. Also okay. Aber Hero Zero ist ja international. Und hier German Sausages. Obwohl die Firma natürlich deutschsprachig ist. Playata. Jojo Düne steht hier hinten. Hier sind Tauben. Ab und zu bewegt sich auch was. Diese Tauben. Verrichten hier ihr Geschäft. Also ich find's schon relativ witzig. So im Hintergrund. Ich glaube in der Schweiz ist nicht allzu viel. Besonders später haben sie sich noch mehr Mühe gegeben. Dann bei den neuen Zonen. Jojo Insel. Das war glaube ich die erste Zone. Wenn wir mal so in die Vergangenheit reisen. Die neu dazu kam. Mit Level 70 oder so. Beim Release ging's bis zum Big Crumble. Dann kamen die Jojo Insel. Und dann alle paar Wochen und Monate. Eben hier neue Zonen. Ich muss sagen Silicon Valley ist schon eine, die mir am besten gefällt. So. Mickey Mouse. Helm hier. Der hier hat zwei Löcher in der Zeitung und spioniert. Die sieht eventuell aus wie die Mona Lisa. Keine Ahnung. Jollywood. Jurassic Garden 3. Hier zurück in die Zukunft. Wenn man da ein bisschen drauf achtet. Ist schon ganz, ganz fein gemacht. Muss man einfach so sagen. So. Und ich warte jetzt auf den Anruf vom Schurkenkollegen. Komm schon. Ich will sehen, ob es sich gelohnt hat. Wieder ein Begleit oder so. Was ist denn, was ist denn, was ist denn los mit dir? Egal. Dann schau ich hier mal rein. Wochenturnier 88. Okay. Ich hab auch noch keine oder noch kaum Sonneinsätze gemacht. Aber Top 100 packe ich. Definitiv. Stufe. 49. Ich hab mich um einen Rang verbessert. Ist das heftig? Ja, es ist heftig. Nein, ist das nicht. Aber egal. So. Jetzt muss ich wieder ein paar Missionen suchen. Die nehme ich doch direkt. Die lacht mich an. Die sieht ganz nett aus. Umrüsten. Umrüsten. Und umrüsten. Ach so. Der ruft jetzt gar nicht an, wenn ich die Mission drin habe. Egal. Kann ja mal passieren. Dann schau ich in der Zwischenzeit nochmal hier rein. Der Luis. Du warst doch erst dran. Aber vielleicht hast du das Video noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Dann hier. Kein Clan. Schreibt Legends of Heroes. Das war ja in der letzten Folge. Haben jetzt die Beschreibung geändert. War ein Fehler von meinem Chef. Kannst du mal in einem Video erwähnen, dass sich Spieler ab Level 40 bewerben sollen? Jo, kann ich. Wer zu den Legends of Heroes kommen möchte und gerade so Level 40 und höher ist, der kann da gerne rein. Denn der Stained PvP Player vs. Player. Bläh. Nicht Player. Schreibt wichtig. Hey, wäre echt cool, wenn ich in deine Freundesliste kommen könnte. Folge dich jetzt schon, seit du angefangen hast mit Hero Zero. Das ist sehr lange. Muss ich echt sagen. Das ist sogar länger als lange, lange. Der Star King Gadget. Da fehlt ein D, aber macht nichts. Zieh dir ein gescheites Gadget an. Das kann man sich doch nicht geben. Moment, was hatte ich denn für ein Gadget? Wegen dem Lippenstift oder wegen, ist das hier das Gürtel? Was ist mein anderes Gadget? Oder wegen dem Handheld? Ich weiß nicht so genau, welches du meinst. Vielleicht den Lippenstift als Scherz gemeint. Oder habe ich tatsächlich so schlechte Stats? Ja, Condi kann da schon besser sein. Moment, 500, 26 sind da möglich oder noch mehr. Und dieses Gadget ist, glaube ich, auch noch nicht das Beste. Aber mir ist noch keines zugeflogen. Eventuell ja jetzt beim Schurken. Geilo Chris. Er schreibt im Video. Hallo, du komischer Mensch. Ich komme aus dem Planeten Mars und ich will, dass du meine Kräfte bewertest. Danke, Mensch. Hallo, Mars-Mensch. Oh, hey, sehr fein. Stufe 174, das gefällt mir. Warum hast du nichts an? Du bist komplett nuggisch. Aber so richtig. Das kann ich mir No-Donut-Spieler... Moment mal. Echt jetzt? No-Donut? Und das wäre ziemlich nett. Oh, das stimmt, glaube ich, sogar. Ich sehe hier nichts vernascht. Nur die 100 und die hat man free to play. Ja, sehr fein, muss ich sagen. Da kann man nicht meckern. Man sieht auch so deine Basis-Stats, wenn du mal komplett ausgezogen bist. Das macht man ab und zu. Eventuell wollen die mit Absicht verlieren, um eine Trophäe loszuwerden. Oder um keine falsche zu gewinnen. Irgendwie so. Dann zieht man sich aus, um die Chancen zu erhöhen. Oder man kickt vorher alle aus dem Team. Die können sich da nicht melden und dann lädt man sie wieder ein. Dann hat man natürlich das Problem, dass man den Bandenkampf für diesen Tag nicht so gut machen kann. Aber gut. So, jetzt hau rein hier. Ich will sehen, was der Supernerdio gesagt hat. Aber ich muss sagen, ich war nicht schlecht. Also bei 100k. Das heißt, ich war zehntletzter. Und der letzte Angriff war ja vielleicht auch noch was. So, da ruft er. Ach, schade. Kein Begleiter. Aber okay, man kann nicht jedes Mal einen Begleiter. Glückwunsch an der King1 zum Siegestreffer. Und ich habe ein mächtiges Milchbauern-Outfit erhalten. So, dann ordentliche XP. Das passt. 6 und 25 Energie, 7 Trainingseinheiten. Ist alles in Ordnung. Begleiter wäre auch ganz fein. Aber so. Habe ich hier erst bekommen. Kann man sich hier nicht jedes Mal wünschen. Wo gibt es jetzt eine Mission für mich? Das ist die Frage. Die ich mir hier stelle. Oh, die ist schön. Jetzt mal kurz checken. Und zwar erstens. Von den Stats. Ist es besser? Und dann zweitens. Wie sieht das Teil aus? Das kenne ich noch gar nicht. Mächtiges Milchbauer-Outfit. Ja, da kann ich mal die Kühe melken gehen, würde ich sagen. Oder? Auf geht's. Ein paar Kühe werden jetzt gemolken. Von Spieletrends, dem Held des Tages. Das wäre genial, wenn ich den Siegestreffer hätte. Und dann Held des Tages. Moment, aber der King1. Wo bist du? Bei den Ultimate Avengers, Stufe 119. Ich gratuliere dir zum Siegestreffer. Hat's dir... Wie schnell manche Leute sind. Schurke, Siegtreffer am 24.03.2016. Und hier ein Screenshot. Okay. Richtig schnell. Hier eingetragen, muss man sagen. Du bist flott. Du könntest bei einer Nachrichtenagentur arbeiten. Oh Mann, ich werde die Trainingsanetten gar nicht mehr los. Doch, das passt schon. Das passt schon. Okay. Hat Spaß gemacht beim Schurken. Diesmal leider nichts geworden. Aber man kann nicht jedes Mal. Und so, 100k. Das hat mir schon gefallen. War auf jeden Fall zumindest diesmal kein Fail. Dann würde ich sagen, bedanke mich für das Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, es spielt jetzt ruin. Oh. 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 Vielen Dank.